hatte die ganze Zeit aufnehmen aufnahme gestaut Logik jetzt schreibt ich muss uns beschäftigt stellen es kommt gleich noch anfragen ich bin dann gleich mal wieder zurück ich muss ganz kurz was erledigen so Schaufel ooooh jetzt hab ich Steintools das muss es nur offen und da bin ich wieder voll professionell was sie dir sind weg ist und wiederkommt und bei mir hat er kennt er von dir nachdenken Achso ja stimmt also jetzt nicht umdrehen ja stimmt muss ich noch nicht ich werde mir dann gleich mal den ersten Rapperbäume da hinten raus holen ich sehe den nicht schon so Effekt so Effekt ah jetzt soll das nicht mehr legen äh doch ein bisschen immer noch muss ich ganz später an den Einstellungen umschrauben ja und das war so eine Art Mega-Folge also also wir nehmen jetzt eine Stunde auf sozusagen was hat man ja gesagt ne stimmt okay bei mir leckts ein bisschen ja aber auch ein Artikel zu gucken ob ihr bei uns im Grundstück ein Rubber-Tree haben äh ich glaube mal nicht aber die Creeper Technologisten haben wollen ja ich weiß ich will ich hab grad schon sagt ein Zeppling ein Zeppling ein Zeppling ich werde ich bei Skype angeschrieben ich merk's grad nur ich glaub das war Bastian ja der hat mich glaub ich auch angeschrieben ähm Feed the City äh Phil Leute meine Aufnahme hat keine Stimme haha hab ich gehabt wie jetzt wer denn na bei Basti naja ist eigentlich nicht unser Problem hauptsache ja das ist eigentlich nicht unser Problem also also wenn ihr irgendwann mal welche Probleme habt das ist dann nicht unser Problem also nur im Voraus nicht dass er dann irgendwie sagt ne guck mal die interessiert sich gar nicht also das geht uns da nichts an aber jetzt sollte es flüssig laufen doch nicht ich habe alles untergesteckt keine Ahnung warum da warum nicht das kommt Moin ey ich weiß was ich richtig geil hab ich hab's Silberboot was ist oh yeah kann man nicht damit zaubern ja kann man und zwar sehr gut ich hab grad 10 FPS 5 4 1 ich hab's mit 50 naja es sind ein paar Leute auf dem Server und zwar ist der Zornes und Liede von Warno ja wir wollten jetzt nicht einmal aus von Unlimited Mieten wie letztens bei uns war weil der Fall um äh das ging noch nicht mehr für die Biss wir wollten das die Biss drauf machen voll pervers und eklig und es wird da also dass also es ist ein schlechter Anbieter wenn ich ehrlich bin sogar m 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 wirst du ich will das thing um dass diese das was auch denn ich will mir dass das Rohde der Schloss mit auch manchen naja das hol ich mir auch was du hast also was du dann auch hast das auch fast alles wir haben auch in der Schlafen auch für die Hälfte vorgenommenen Spielt das ist der Grunde immer so ein bei mega Projekt ist das so dass dann einer steht schlafen geht oder also das war bei mir immer dass das ist immer so also wenn irgendwie mehr troffen sind geht ein zweiter Thema ist hell oder nicht und die die zu schönen Dankeschön n n n n n könnten die sich mal hinlegen wir haben die Schlafen schon ich meine die da schatten alle schlafen in ich glaube ich habe das war der letzte ich glaube aber jetzt ist es nicht mehr ja das ist wieder am Tag wenn die Nacht ist nun lebt immer als ich über 60 FTS Alter okay ich hab schon 20 aber es wird in seiner Spitze ich will mal rüber zu den Gruppen was sie alles gerade schön ja das interessiert mich die ganze Zeit auch die an sich was er hat einen Bau und dann auch ein Stückchen soll ich ja schon was denn was sie so abgeht auch das ist nicht mehr da jeder ist ein Feuerwerk von so jahren mtl hat ein kleines Pech wegen des Bonn aber da muss man halt abbauen ja und dann ist gut und dann ist der Grunde noch eine gute Kiste er hat er kann das richtig und ich möchte das Wort ändern das zu einer Porte Garn und hier ist er voll dumm er hat es dann ab und dann auf immer ein paar Echtentorten getrennt hätte der das war er auch benutzen können ist der Weg er hat gebratet Schweinefleisch und so gut ist schon wieder in die Hinau und Fleisch und Schmuck ich gehe mal weiter weg von Maxi und von dem Markt Prozent versuchen zu forschen warum es so lebt wo ich habe ja noch schiebt und an mit damit so ein ich hatte Prozent die Schieds noch Romani was ist das so ein Feld scheiß Warte kurz so Ute Limon kannst du dann auch nach der Ah ne warte mal ich sehe mich ja nicht aber kann sie dann abprüfen hast du ähm äh von mir ich ich bin ja mein Vater ist gerade bei mir ich muss nur so suchen ein Mikro aus zu machen also bis gleich okay bis gleich auch wieder sehr professionell meine Eltern sollen hier laut sein und nicht reinkommen Niki ich bin Nico ich werde ganz kurz zu dir rüberschauen ja ich glaube das ist nicht Schatz aus der Wüschung im Bissett ja vor mir machen 3 der Steinschaufel ja auch und geht endlich so Kassel Schleswig und muss das nicht einfach aus dem Land hat sich geschlagen das ist ja nicht zuerst über den Schweinefleisch ja okay, dann such ich nur was zu essen ne, ich habe 2 boah, wie ruckelt das 14. 20 das liegt bei meiner verhältlichsten meiner hieslichen Festplatte ähm in dem Umkreis von 500 Meter darf man da die Schweine auch schlachten oder erst nach 500 Meter du darfst die auch, du darfst alles schlachten ja, aber am besten wäre Abbau nach 500 Metern ja, ich meine, du darfst die Schweine schlachten ja, die darfst du dann, die darfst du gerne schlachten die darfst du gerne töten äh, ja da hat er einen Bambus in so einem Grundstück alles hat sie ihr Bambus? äh, ich muss jetzt beenden die Aufnahme, weil ich muss gleich gehen da ich bin dann wieder in 10 Minuten wieder da ja, okay, also werden wir also, die Folge wird erstmal beendet, Nico ne, du machst bestimmt weiter, oder? ja, ich schätze schon okay, gut, dann würde ich sagen, Leute ciao äh, ciao, also das war's kommt ja noch, danach noch eine Runde ja, äh, dann nimmst du auf, ne? ja, von mir aus gern also das war's mal die Einführung, würde ich sagen ja, und dann würde ich sagen, das war erstmal die Einführung, zweite Runde geht's dann weiter mit richtigen, also dann geht's da richtig los ja, und ciao ciao äh, komm mal, äh, komm tut mir leid, ich da, ich da, wenn ich nicht aufnehme, darf ich nicht aufnehmen stimmt, stimmt ja aber ganz hinten, äh, ganz hinten vor einem Grundstück hat's Bambus naja, ich bin dann mal weg, ne? ja, okay, gut, dann ist gleich dann nachher ja ja, dann könntest du ja du da mal aufnehmen, oder? hallo 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 ja das war macht weiter Der ist die Einbeziehung, Taraformen. Ja. So. So. So, man hat es so, wenn man so kommt, Okay, okay. Oh, okay. Ja. Und so und so Ich schreibe noch. So. Ich hab das einfach ein Koppel. Schau, findest du das eigentlich? Ja, und da ist es kaputt. So machen wir mehr. So. Jetzt. Da ist es. Und dann einfach. Leitam. So. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.